Jose Mourinhos ehemaliger Schützling Manich stärkt dem United-Trainer den Rücken. Für ihn ist Mou weiterhin der beste Coach der Welt. Trotz Ergebniskrise bei Manchester United stärkt der ehemalige portugiesische Nationalspieler Manich seinem Ex-Coach Jose Mourinho den Rücken. Er lebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Mourinho war und ist der beste Trainer der Welt, macht Manich im exklusiven Gespräch mit Gull klar. Unter dem aktuellen Coach von United spielte der inzwischen 40-Jährige beim FC Chelsea und in Porto. Im Jahr 2004 gewann sie zusammen die Champions League. Manich, wenn einer solche Situationen lösen kann, dann José Mourinho. Obwohl die Stimmung bei den Red Devils aktuell am Tiefpunkt ist, glaubt der 58-malige portugiesische Nationalspieler, dass Mourinho noch immer der richtige Mann für den Rekordmeister ist, natürlich ist die Lage nicht einfach. Wenn es jedoch einen Trainer gibt, der solche Situationen lösen kann, dann José Mourinho. Nachdem United in der vergangenen Saison noch auf Platz 2 der Premier League gelandet war, missglückte der Start in die neue Spielzeit. Nach einer 1-zu-3-Pleite bei West Ham United am vergangenen Wochenende rangiert das Team aktuell nur auf dem 10. Rang. Mehr zu Manchester United und 100. Rang.